Wolfgang Barro ist seinen Fans besser bekannt als Jo Gerner. Der Schauspieler ist ein Urgestein der Kultserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wolfgang Barros Karriere im Überblick. Er ist eines der wichtigsten Gesichter von GZSZ. Wolfgang Barro verkörpert seit 1993 die Rolle des Rechtsanwalts Hans-Joachim Gerner und ist bis heute bei der beliebten Daily Soap dabei. Barro wurde am 18. September 1960 in Berlin geboren. Er hat das Abitur absolviert und Theaterwissenschaften sowie Psychologie studiert. Das Studium brach er ab und entschied sich für eine Schauspielausbildung. Seine erste Rolle spielte er 1978 in dem Film Verführungen. Auch in Drei Damen vom Grill, Die Didi Show, Justitias, Kleine Fische oder Der Hausgeist war er zu sehen. Barros großer Durchbruch erfolgte im Jahr 1993, als er zum ersten Mal seine Paraderrolle als Jo Gerner für gute Zeiten, schlechte Zeiten spielte. Seitdem hat Barro der Serie echte Treue bewiesen. Er ist der einzige Darsteller aus der Anfangszeit, der noch bis heute dabei ist. Aber, Gerner ist nicht von Beginn bei der Soap an Bord. Erstmals erscheint er in der 185. Folge von GZSZ. Barro war zu dem Zeitpunkt übrigens 33 Jahre alt. Auch wenn man Barro wohl immer mit der Rolle als Jo verknüpfen wird, hat er im Laufe der Jahre zahlreiche andere Jobs übernommen. Wolfgang Barro war als Synchronsprecher für Filme und auch Hörspiele wie Sherlock Holmes oder Die Letzten Helden tätig. Er trat in zahlreichen Filmen und Serien wie Löwenzahn. Ein Bayer auf Rügen, Kartoffelsalat, Nicht-Fragen oder Soko 5113 auf. Auf der T-Aber-Bühne zeigt sich Barro ebenso wie mit einem eigenen Kabarettprogramm. Sogar ein Buch hat Barro veröffentlicht. In Immer wieder Gerner. Mein Leben als Bösewicht der Nation, erzählt er von seiner Paraderolle. Das ist über Wolfgang Barros Privatleben bekannt. Obwohl Barro seit über 30 Jahren in der Öffentlichkeit steht, hält der Schauspieler sein Privatleben recht bedeckt. Es ist bekannt, dass Wolfgang Barro eine Partnerin namens Barbara hat, mit der er auch seit über 25 Jahren verheiratet ist. Beide haben einen Sohn, David. Dieser sieht dem Papa erstaunlich ähnlich, wie bunte.de berichtete. Wie Barro Privatweihnachten feiert, plauderte er gegenüber RTL im Interview aus. Am Vormittag wird der Baum geschmückt, am Nachmittag kommen die Familienangehörigen. Die Geschenke werden durch kleine Spiele ausgelost. Wer jetzt welches Geschenk bekommt. Dann wird gegessen und danach machen wir verschiedene Gesellschaftsspiele. Auf Instagram folgen dem Schauspieler mehr als 155.000 Menschen. Stand Dezember 2023 Auf seinem Profil zeigt er sich nicht nur am Set und mit seinen GZSZ-Kollegen und Kolleginnen, sondern auch bei seinen zahlreichen Veranstaltungen, die er besucht, im Urlaub an der Ostsee oder auf der Bühne. Vielen Dank! Vielen Dank! Aus dem Schauspieler. Vielen Dank.